Nummer 18 Natürlich ist es für die Kunden schön, wenn sie einkaufen können, wann sie möchten, auch sonntags. Aber haben Sie auch einmal an die Angestellten gedacht? Ich glaube nicht, dass sie begeistert sein werden, sonntags zu arbeiten. Auch wenn sie einen anderen Tag in der Woche frei bekommen, ist das nicht dasselbe. Der Sonntag gehört der Familie. Nummer 19 Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich muss zwar manchmal sonntags arbeiten, ich bin Kellnerin. Und ich und viele meiner Kolleginnen finden das in Ordnung. Der Vorteil eines freien Sonntags ist aber, es ist einfach angenehm, einen Tag in der Woche zu haben, an dem die Welt ruhig ist. Man keinen Stress hat und auch nicht durch die Geschäfte gehen muss. In unserer hektischen Welt wird man dadurch gezwungen, einmal abzuschalten, nichts zu tun. Das finde ich unglaublich wichtig. Nummer 20 Heißt es nicht, der Kunde ist König? Also warum nicht die Geschäfte am Sonntag öffnen? Dann kann jeder einkaufen, wann er möchte. Und viele Leute haben nur am Sonntag Zeit einzukaufen. Ich bin sicher, das ist auch für die Wirtschaft von Vorteil. Wenn mehr gekauft wird, gibt es mehr Arbeit. Und viele neue Stellen können geschaffen werden. Man sollte die Sonntagsarbeit allerdings besser bezahlen.